Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr es wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute Guts and Glory. Das ist angelegen an das Spiel Happy Wheels. Und bevor ich jetzt hier stundenlang quatsche, würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal einfach an mit der ersten Mission. Das ist Day in the Park. Day at the Park. Ja, Day at the Park. So, es gibt hier den John und den Jimmy. Ja, das sind so meine Favoriten. Der John und der Jimmy, das ist so diese typische Vater-Sohn-Beziehung. John und Jimmy, wir fangen an. So, gespielt wir jetzt ganz mit der Tastatur, ganz normal. Okay, ihr seht, die Engine ist schon geil. Deswegen ist dieses Spiel auch so toll. Ja, das macht so viel Spaß. Yay! Papa, das macht Spaß! Oh, shit. Okay. Alles klar. Okay. So, wir gucken mal. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Art Tutorial-Level. Aber muss ja auch mal gemacht werden. Ach, scheiße. Ich hätte, glaube ich, rechts fahren können. Na, erst mal die Mülltonnen umkippen. Und dahin. Junge, wie sich das steuern lässt. Geschafft. Erster Level geschafft. You are amazing. Amazing sind wir, mein Sohn. Hast du gehört? Amazing. Amazing. Ja, Papa! Das ist wunderschön! Okay. So. Main Menu. Nächster Level. Okay. Das sieht irgendwie nicht mehr so friedlich aus. Ich bin ready! Go! Let's go! Unten hat man sogar... What the heck, man? Da ist ein Kreis irgendwo lang gefahren. Oder lang gerollt. Alter, was geht ab? Ach ja. Wow! Alter, hab ich mich jetzt richtig... Ich hab mich richtig ja schon... Okay. Okay, wir fahren mal hier ganz langsam. Alter, ich bin richtig der Pro. Ich bin richtig der Pro. Erst mal Wheelie ziehen. Was geht ab? Überhaupt gar kein Problem für mich. Überhaupt gar kein Problem. Ey. Was ist los? Sag mir mal, dass ich nicht Boss bin in dem Spiel. Ja, genau. Von der Rakete die Hand abgerissen. Okay, wir müssen erst mal bis zum Ziel kommen. Wow! Nice. Habt ihr gesehen, wie er gejubelt hat? Hä? Das Spiel ist einfach... Oh mein Gott! Hab ich einen Pfeil im Rücken oder mein Sohn? Ja, ich hab einen Pfeil im Rücken. Ich hab gedacht, der steckt einfach im Kopf von meinem Kind. Gar kein Problem. Ey Leute, was habt ihr alle? Das ist aber voll easy. Einfach dieses Kind. Ich glaub, das Kind ist einfach tot. Und der Vater fährt einfach mit seinem toten Kind. Fährt einfach Fahrrad. Guck mal, wie er einfach rumt... Oh! Nein, warte mal. Erst mal rückwärtsgang. Das Kind lebt doch nicht. Oha! Warte mal, da muss ich perfekt Anlauf nehmen. Ich muss springen. Alter, was ist das denn für eine komische Lenkung? Ja, oh. Ah, alles klar. Wer kennt's nicht? Man fällt mit dem Fahrrad einmal hin und ist tot. Wua! Wua! Alter, was passiert hier? Ah, gar kein Problem. Oh nee. Die Beine von meinem Kind sind einfach gebrochen. Papa, was machen wir eigentlich hier? Wir sterben. Oh Mann. Ja! 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 Nice, okay. Ey, das Level ist richtig schwer. Ey Leute, was habt ihr alle? Das ist aber voll easy. Okay, das Ding ist halt, man darf echt nicht so viel lenken. Warum macht er das denn mit seinem Kind? Warum fährt er aufs Dach? Midlife Crisis, ohne Witz. Hu! Jimmy, geht's dir gut? Okay, ich glaub mit Reden ist nicht mehr so viel. Weil ich blute. Ich blute ein wenig. Ich glaub mein Sack ist gerissen. Das ist eine übertriebene Misshandlung. Oh, da war der Ball. Wua! Jimmy, es tut mir leid. Das sind scheiß Gummibälle, Mann. Es sind Gummibälle. Muss doch nicht sein. Ah, mit V machen wir einfach Respawn. An der Stelle... Was ist das? Ist das ein Stück von meinem Rücken oder von meinem Arsch? Okay. Respawn. Ach komm schon! Das kann doch keiner schaffen, Mann. Okay. Wir müssen ausweichen. Ich fahr einfach Slalom. Dann wird das was. Jimmy, wir schaffen das. Ich weiß auch nicht, woher die Gummibälle kommen. Verstehst du? Mein Sohn. Oh yes. Speedpad. Ist gut. Und ein Selfpoint. Yes. Und noch ein Speedpad. Da ist es wieder so eine Kanone. An der Bordsteinkant schon ein Bein abgerissen. Weißt du, treten ihn oder was war das da auf dem Boden? Habt ihr es gesehen? Das Geile ist, du müsstest jetzt nur noch gerade ausradeln. Das wird easy. Ich hab die Kanone vergessen. Hauptsache, ich bin... Was spiele ich denn für Spiele? Das sind Minen. Das sind Minen. Das sind Lacken. Das sind Minen. Auf jeden Fall sind das Minen. Ich will wissen, ob das Minen sind. Ich möchte das jetzt einfach austesten. Ja, es sind Minen. Es sind Minen. Definitiv. Gute... Guter Start. Nein! Ach, kacke. Die hab ich nicht gesehen. Okay, wir müssen wirklich Slalom verhalten. Alter, wie ich hier durchgekommen bin, obwohl ich gerade hier so... Einfach total wildkürlich Slalom... ...befahren bin. Okay. Last Try. Minen. Nein! Oh, fuck! Ball und Minen. Alles rein da. Alles rein da. Alles rein da. Ist es komisch, wenn ich sagen würde, dass die Texturen von den Knochen und des Fleisches... ...des Mannes... Alles da... Oh, du willst dieses Level, ne? Was ist das denn bitte für eine Lernkurve hier in diesem Spiel? Wie soll man das denn bitte schaffen? Das ist doch nicht normal. Nein! Oh, fuck! Das ist aber auch so schwer, dieses Kack... ...Fahrrad zu lenken, ne? Äh... Äh... Ohne Witz! Warum musste mein Kind diese Mine mit der Hand berühren? Bitte! Ich bitte euch! Chill. Wow! Ja! 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 Oh! Geschafft! Yes! Yes! Okay. Mein Menu. Nächstes Level. John und Jimmy. What? Get up! Holl! Oh, ja! Ja, geil! Wie kann man ein Stück Fleisch noch mehr demütigen als so? Sagt es mir! Alter, was geht denn ab? Was geht denn ab? Okay. Next try. Unmöglich, das zu schaffen! Oh! Diese Kettenreaktion, Mann! Diese Kettenreaktion! Kann ich nicht einfach mein Kind opfern? Wie soll man diesen Ball denn bitte ausweichen? Aber warte mal, ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Fuck the system! Ah! Scheiße! Einfach mit dem Wheelie runterfahren! Jetzt haben wir's! Jetzt haben wir's! Jetzt haben wir's! Ja! Ja, ja, ja! Ja, das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Ein bisschen Slalom fahren und ist alles cool! Wow! Wow! Das war sauknapp! Oh shit! Was ist das denn? Das ist neu! Das ist neu! Ohne Witz! Warum gibt's keinen Checkpoint dahinter? Oh, das war so knapp! Hm! Jetzt machen wir's mit Hass! Mit Hass! Mit Hass wird's jetzt gemacht! Nein! Oh, Slow-Mo! Nice! Slow-Mo! Hauptsache, er ist angeschneit gewesen. Das ist wichtig, weil, ähm, das kann Leben retten. Also, schnellt euch bitte immer an! Ja! Ha! Habt ihr gesehen? Ich hab auch... Ich hab einfach gebremst! Yolo Capolo! Ich hab nur einen Pfeil im Rücken! So, und hier müssen wir einfach langsam... Nice! Ja! Checkpoint! Checkpoint! Das wird easy! Das wird easy! Den schaffen wir! Ah! Glück gehabt! Okay! Weiter geht's! Oh Gott! Das wird richtig geil jetzt! Yay! Boah, krass! Habt ihr die Dornen gesehen? Irgendwie hab ich das Gefühl, hier passiert noch was! Ich mach mal einmal kurz den hier! Okay, ist nichts passiert! Erstmal gucken, ob Post da ist! War nix da! Boah, das ist so unglaublich schwer! Ey, man glaubt gar nicht, wie viel... Das war... Oh, shit! Okay, mit allen Beinen sind wir nicht mehr so schnell, wie wir sein müssen, damit wir da hochkommen, glaub ich! Ne! Okay! Wir müssen wirklich jedes Pad mitnehmen! Weil wir das nicht schaffen! Dann schaffen wir's da nicht hoch! Das ist knapp bemessen, Leute! Ja! Ja! Chill, Bruder! Chill! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Leute! Dieses Level ist so nicht zu bewältigen! Wir müssen Earl nehmen! Earl! Earl ist nämlich der Pro in diesem Game! Oh, nein! Huuu! Nein! Macht mich gar nicht aggressiv! Nein! Das fehlt jetzt ein Problem! Alles klar! Okay, meine Freunde! Dieses Level ist für mich leider unmachbar! Ich habe auch so viel Blut verloren, dass ich jetzt nicht mehr weiterspielen kann! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Werte da! Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von so einem Schwachsinn sehen wollt! Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Haut da rein! Ciao! Ciao!